moin leute ich bin kein mann der kurzen worte aber ich versuche es wirklich kurz zu halten ich habe einfach nur ein paar kleine infos und dachte ich mache mal so ein kleines update video hier ist ganz ungewohnt jetzt gerade dass ich nicht live bin und zu euch spreche aber das kriegen wir hin erstmal vielen vielen dank für mittlerweile über 12.000 abonnenten wirklich super geil immer weiter so falls ihr noch nicht abonniert habt oder hier glocke aktiviert habt macht das gerne ist kostenlos ich weiß habe schon tausend mal gehört aber macht es gerne weil mir hilft es und wenn ihr die videos gerne schaut würde ich mich sehr darüber freuen ja eine sache über die ich euch in kenntnis setzen wollte ist dass heute abend um 20 15 mein zweiter youtube kanal mit einem zwei stunden video premiere feiern wird pokémon soul silver der film mit stream material aus anfang 2021 ursprünglich 50 stunden material was auf zwei stunden auf filmlänge runter geschnitten wurde das wird heute der startschuss für meinen zweiten youtube kanal sein ich sage euch es lohnt sich pimpf und maxis das erste mal bei pokémon spielen bild für die götter warum mache ich einen zweiten youtube kanal das hat ganz einfach damit zu tun ich habe gemerkt wenn ich auf diesem kanal hier thematisch irgendwie die videos durcheinander baller dann ist das irritieren für den algorithmus und ich glaube es gibt auch manche leute von euch die sagen mich interessiert eher der rap content und seid ihr auch hier genau richtig aber wenn ihr sagt auch der typ ist ja ganz in ordnung da kann ich mir auch andere sachen zu vorstellen mal anzuschauen dann würde ich mich sehr darüber freuen wenn ihr den neuen kanal den kickoff queens kanal ja wenn ihr den abonniert würde ich mich natürlich riesig freuen da landet nicht nur gaming content sondern eben auch zum beispiel wenn wir mal ein talk haben im stream über andere themen oder reactions zu anderen themen also das wird quasi eine bunte würfelkiste aus dem stream kontext was nicht mit rap zu tun hat das rap ding klar ein großes thema nach wie vor für mich ist ja keine frage da komme ich her und auch in dieser hinsicht wird es mal wieder neues von mir zu hören geben das wird dieses jahr nicht mehr passieren aber ich kann euch sagen in der lagune wird kräftig gekocht und nächstes jahr könnt ihr euch auf jede menge geile musik freuen das kann ich auf jeden fall schon mal versprechen was habe ich noch für themen die nächsten uploads auf dem kanal hier sind erstmal noch vbt splash 2014 battles es wurde oft ist nach mel und moon gefragt das nächste ding wird mel und moon gegen brave new world werden die reaction ist auch so gut wie fertig kommt jetzt anfang der woche online leider kann ich die brennpunktrunden nicht hochladen weil die alle weltweit gesperrt werden demzufolge gibt es jetzt erstmal einfach noch ein paar battles aus um splash vbt und wir haben auch schon einige andere sachen in der pipeline was hier kommen wird das nächste große projekt was wir uns im stream anschauen werden ist das vbt 2015 das werden wir weil sich da extrem viele runden von euch gewünscht wurden auch so als einzelne battle vorschläge werden wir das ab dem 16 finale komplett schauen das wird denke ich mal ab anfang dezember losgehen ja schaut gerne in die streams rein da machen wir deswegen zwei kanäle alles mögliche schwerpunkt ist schon rap content aber es gibt eben auch jede menge anderes zeug das ist eigentlich soweit alles ich glaube ich habe nichts vergessen ich gucke noch mal kurz hier auf meine schlauen notizen ich glaube das ist alles in diesem sinne wünsche ich euch einen geilen sonntag wenn ihr das video erst später seht wünsche ich euch einfach einen geilen tag und danke dass ihr hier seid danke für den ganzen support das macht mir super viel spaß ich freue mich jetzt für das kommende jahr glaube ich ganz gut aufgestellt zu sein mit den zwei kanälen und mit dem was wir so vorhaben ich habe mittlerweile auch hilfe im hintergrund also das ist wirklich super in dem sinne passt auf euch aus passt auf euch auf bleibt gesund und ja hau da rein wir sehen uns im nächsten video oder im stream wenn ihr mögt bis dann